Du bist jetzt hier. Du musst aufpassen, was du machst. Es ist egal, was für einen Charakter ich habe. Ob das... Also, spielen wir jetzt ein Team oder nicht? Nein. Nein. Nein, Mann! Können wir jetzt mal anfangen? Wir kommen heute noch zum Spiel. Wer hätte das gedacht? Die müssen wählen. Dann schreib doch mal irgendwas in den Chat, damit die wissen, dass es losgeht. Boah, ey, stresst doch nicht so rum. Wir sind jetzt seit fast einer Stunde hier und haben gar nichts gemacht. Das ist doch kein Grund... ...so abzupissen. Ich hab das doch gar nicht. Aber du hast mich voll böse angeguckt und gesagt, mach, mach, mach! Ich guck immer so. Da gibt's einen neuen Modus. Welchen denn? Seelen. Legi. Seelen gab's doch schon. Was? Echt? Ist das das, wo man den anderen spielt? Oder nö, ne? Nee. Nee? Echt? Ich kenn's doch auch nicht. Das war Gedankenkontrolle. Genau. Oh nein. Oh nein. Oh. 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 Yeah, yeah, yeah. Fick dich Franke, geh weg. Geh weg, geh weg. Du bist da draußen jetzt oben, ne? Ja. Nenn Franke, du bist viel zu schön zum sterben. Scheiße, ich muss nur probieren, weil ich die Taste entführen musste. Ach, geh weg. Ah scheiße, man muss sich ja bewegen. Ah. Ja, du hast voll da neblich. So Feini. Nein, gib raus. Ah. Scheiße. Das war total unverdient. Du musst dich ja wieder husten. Ich muss ja ständig husten, wenn ich dieses scheiß Spiel spiele. Hallo Online-Zuschauer. Ich lebe mir grad. Hallo Online-Zuschauer. Was hast du? Bodenlos durch die Nacht. Ah. Ja, du bist aber grad sehr bodenvoll gefallen. Geh weg Franke, das ist mein Platz. Lieb Kochi, du fettes Schwein. Hashtag unverdient. Geh weg. Geh weg. Das Spiel macht mit Feini keinen Spaß. Schiebe es. Schiebe es. Schiebe es. Schiebe es, Franke. Du machst viel zu viel Farbe. Ich muss Profil zeigen. Profil zeigen. Schiebe es. Schiebe es. Schiebe es. Schiebe es. Ich liebe Farbrauch. Ich liebe es. Daiski, ja. Er mag es anschein. Kosten. Hosen. Ja. Verwirrung. Ja. Sag er noch. Ich hasse euch alle im Chat. Nein. Nein. Mein Hut DLC. Mein Hut DLC. Fuck you. Komm hin. Ich hab ihn. Ich hab den Hut nicht. Nein. Nein. Ah. Ah. Hilfe. Ich geb ihn her. Klingtes Fluckiges. Ich hab ihn jetzt raus. 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 Ja. Entschuldigung. Ja. Wollte ich sagen. Ja, Bonnis. Ich kanns verstehen. Was? Klasse. Ja, ja. Ich kanns verstehen. Wie kannst du was sagen? Ah, wo bin ich? Was ist das? Ah. Oh. Ah. Ah. Hey. Boah, ich hab doch gelebt. Scheiße. Ich hab die Falsche geachtet. Nein. One shot, one kill. Schnauze. Was ist jetzt? Ich hab keine Ahnung. Kusel. Domo Arigato. Ah. Brace the taco. Verpiss dich mit da. Verpiss dich mit Chax. Verpiss dich mit Chax. Verpiss dich mit Chax. Verpiss dich mit Chax. Stört dich bei dem Mundar. Wir sind beide Falsche. Ne, ich hab... Ich hab zuerst gesagt... Ich will ein Stück Toastbrot haben. Toastbrot. Die wackeln voll. Die wackeln voll. Die wackeln voll. Leute, ihr müsst... Leute, ihr müsst Haku, Whisky oder India schreiben. Ja, ja. Feine, die hängen 30 Sekunden nach. Ja, du bist so dumm. Entschuldigung, ich wollte das nicht so lautstark mitteilen. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Nein! Wow. Geschieht dir recht, Chax. Mach die Presse. Was? Wie kann das sein? Alter, bin ich einfach... Alter. Ja, ist doch fein. Nie gedötet. Ich hasse euch alle. Gusel. Ja, jetzt wissen wir gar nicht, wie das funktioniert. Super. Was müssen wir machen? Achso. Ich weiß es nicht. Was ist das? Hä, warum hast du das? Ich hab keine Ahnung. Warum hab ich da so eine leuchtende Kugel an mir dran? Ich bin der Seele. Hä? Fass mich. Ich bewege mich. Was? Was? Seele her! Ihr müsst die Seelen... Achso! Yeah! Was? Seele! Komm ich noch. Fass mich! Nicht! Jesus! Waaah! Ich bin auch oben gegen Kommen gestorben. Wtf! Waaas! Hä? Achso! Ich verstehe! Ich verstehe es nicht! Ich verstehe es nicht! Was? Ich verstehe es aber! Was? Ich verstehe es nicht! Was? Ja! Ich bin der Mann der Seele! Ich hab keine Ahnung, wie es funktioniert! Ach, ihr müsst die Seelen fangen und irgendwann sterben wir. Ach, ich hab meine Seele! Ich hab meine Seele zurück! Son! Nee! Gib mir bitte meine Seele! Ach! Ich verstehe es nicht! Also eigentlich nur die Seelen sammeln! Und wenn man tot ist und die sammelt, wird man wieder lebendig! Scheiße! Echt?! Das war ganz komisch! Das war ganz komisch! Das war ganz komisch! Das ist jetzt bodenlos durch die Nacht! Du sollst nicht den Mondes verjagen! Aber das kann... Das Problem ist... Der Frank ist viel zu scheiße gut! Du bist ja hinter dem Block! Ich bin runtergefallen! Du bist voll der Cheater! Ja, er hat gescheatet! Ja! Ja! Wie Gusel! Ich kann sie bisschen schlafen! Äh, die ist noch ein Läppchen! Äh, die ist noch ein Läppchen! Ja, nicht mehr! Echt so! Abfacken! Ah, tut das gut! Jaja, du magst! I like Bananas! Das ist wieder fromm! Nein! Ich hasse diesen Mut! Gut Dingens! Gusel! Du tut gut! Jetzt fühlst du bald weg von mir! Das ist uncool, Mann! Ah, da ist er ja! Die Archer hat Metain und wir sind alle am Arsch! Nein! Frank hat ihn! Guck doch mal! Ich bin Tracer! Ich bin Tracer! Wer mit! Alter, steh mir bei dir den Weg! Du scheißbeschissenes Toastbrod, du! Ey! Der steht mir viel besser! Du siehst scheiße aus! Du hast halt mal Augen, Junge! Klar hab ich Augen! Da bin ich schon letzter! Hallo Otis! Hi Otis! Die grüße! Hoi Otis! Jaa Wo으로! Whiteball Beste Ach nö Ey Was ist das denn? Was ist falsch mit dir? Was ist falsch mit dir? Nein Scheiße Ciao Strings Alter du warst der Führende Was ist das denn? Ich hab gesagt der müsste wählen mit A, S, A, G Was ist das denn? Was ist das denn? Achtung, Feini wählt es Hallo Otis Wer heißt dich? Lieber Otis Bitte nehmt S, dass der Funk mal tot ist und mäht da auch S Mach F wie Feini oder F wie Falsch oder F wie Fack Das ist alles Feini Scheiße, ich seh nix mehr Gib doch S Gib doch S Wow, was? Hä? Ada Gib weg zu mir! Gib weg zu mir! Nein! Scheiße! Wer war das V? Ich dachte ich bin safe Ich dachte ich bin safe Farbrausch Farbrausch Oh nein Feini, time out Niemand mag Farbrausch Niemand mag Farbrausch Feini mag das Die mag ja auch niemand Ich hasse dich also Es wurde auf Gegenseitigkeit Es wurde auf Gegenseitigkeit Jaja klar Nein Gott Deswegen hasse ich Kunst Ich mag Kunst Ich bin nämlich ein großer Kunster Ich hab voll abgelost Letzter Zidelfloor 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 Wo denn los? Alter, wie oft kommt denn dieses scheiß Spiel? Weil der FK uninteressant ist Ich find's cool Bei Boden los stehe ich immer sofort Wieso gehen alle Plattformen weg Wo ich... Boah Schatz, du gehst mir so auf den Sack Was soll ich denn hin? Lass dich sterben Damit wir in Ordnung spielen können Ihr gebt mir alle auf den Sack Du dich doch mal Wow Ich hab Freunde Boah Leck mich Franke ey Was? Ich hab dich getroffen Und das... Nein Wir haben uns gegen Nein Ihr seid in Ruhe Ich mag euch Achter, wir bin nicht grad gestorben Ich hab dich getötet 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 Skimvertausch Ist das... Ist das... Einfachste Von den Mutatoren Das ist scheiße Du Jays Nee Alter Wo bin ich denn überhaupt Da! Auch nicht... nicht die Map Ist bräuchbar Gib doch den Hut Zu dem wo er hingehört Also bei Altmeta haben wir den Hut hat er gewonnen Ja Aha Ich hab nur rumspringen wie so ein Idiot Ich weiß halt auch nicht wo ich bin Das kotzt mich so an Lass mir doch mal ein wenig den Hut Nein Du hast doch eh schon gewonnen Du Arschloch Ah Halt, das fickt euch durch alle Das mit dem Skin von Franke Ich bin schlechter als Feini Wie demütigend ist das bitte Wow Ich auch schau Was soll jetzt? Ja Eier sehen Ah 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 Seelenjagd Bin ich Gibt mir die grüne Seele Ja Ah 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 Wann auch so Was? Das war mein Ah Das ist durch die Naturen Wow du bist denn Ja Hä Bin ich denn Ach ich weiß nicht wo ich bin Ach ich muss die Seele von jemand anders klauen Oh yeah Ja, man nannte mich auch den Seelenjäger. Ich brauche eine Seelen, wenn ich am Leben bin, deswegen muss ich irgendwann geklauern. Warum geht das doch nicht? Wenn ich mal bitte wieder danke. 3 oder 30 ist aktuell das Problem. Erschießt du aber noch nicht? Ja. Wie lange geht das, bis alle tot sind oder was? Ne, bis es härter bleibt. Ah, es ist ein Teil. Was? Ich bin gestorben? Kommt es vor Ende? Der Modus ist doch scheiße. Der ist echt scheiße. Der geht nur hin. Wir spawnen, wir erschossen, wir spawnen, wir erschossen. Ja, Donation-Link habe ich ausgeschaltet, weil man dann oben nichts sieht. Ja, 330 für die Karte und wir stehen bei 21. Durch Ian heute mit 10 Euro, voll der Nette Herr. Ja. Ja, der hat auch noch einen Strip da gelassen. Mir hat er die Hose fallen lassen dabei. Ja. Vorsicht, India geht los. Warum sag ich das überhaupt? Ah ne, die anderen auch nicht. India. Alter. Alter, 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 ich hab Angst. Warte, ich hab Angst. Warte, ich hab Angst. Das war scheiße knapp. Ich bin tot. Ich bin tot. Warte, ich bin tot. Du bist immer tot. Wir müssen so alle nach der Reihe gehen. Ich hab endlich mal gewonnen. Ich hab endlich mal gewonnen. Ich hab endlich mal gewonnen. Ja, warum ich nicht? Ich verstehe. Weil du schlecht bist. Schlaf, brauche ich! Oh, Leckling, wenn er nicht schreifelt jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Das schlimmste Spiel diesseits ist Mississippi. Was hat der Mississippi damit zu tun? Der ist genauso wie es wie Feindy. Wow. Alter, wie schnauzt. So schlimm ist der Mississippi und auch mir geht. Wow. Wow. Ey. 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 Du bist noch viel zu knapp. Ich fick dich. Nicht du. Na? Nein! Alter der Pooh nicht sterbe ich immer so vor. Ich wüsste dich, Frank, Deutsch. Otis! Ehrlich? Wie hat Otis geschrieben? Warte, mich der Spiel. Brake mich das Spiel. Brake mich das Spiel. Das ist echt so. Wow, vielen Dank, Otis. Werd's. Ich bin der, der schießt. Alter, 100 Euro. Otis, vielen, vielen Dank. JBx Dankeschön, Otis. Das kommt echt gut drauf. Geh weg! Geh weg! Ich wusste, dass man den Philbotter nicht kennt. Nein! Nein! Oh, das war ein halbes... Gutjagd, Alter. Das ist ja nicht normal, Alter. War du Scharkensherzchen davon? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt sage, ey. Unter Wasser. Unter Wasser. Oh nein! Das war doch der Elec. Ihr Sadisten. Ich kann das nicht. Ich bin tot. Scheiße, ich sterbe gleich! Nein! Oh! Ich bin tot. Junge! Dankeschön. Ja, er hat gewonnen. Oh Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Unter Wasser macht das keinen Spaß. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Oh nein! Wo, wo bin ich? Boah! Ich sag dir! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alter Franke gewonnen! Oh, ich bin tot. 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 Ich bin tot, Franke. Ach, fuck. Du hast geübt? Ja. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht! Das ist nur am Anfang irgendwann. Das war der schlechter. Amnam? So, deine Mutatoren. Die bringen überhaupt nichts. Alter, das gibt ja normale Mist gar nicht. Der nimmt meinen Skin nicht an. Der setzt ihn sofort wieder zurück. Steh ich nicht. Tja, außer halt dieses hässliche Etwas bleiben. Ah! Wuff. Aha! Wie süß. Und er sagt nur Wuff dazu. Hier. Das hab ich eigentlich noch. Egal. Ist doch egal. Ah, guck mal hier. Ich hab die Feini. Wir sehen uns bald mit. Das weißt du, ne? Nö. Was? Nein. Alter, ich hasse euch alle. Boah. Ich hab Hunger. Killer Panda. Feini hat Hunger. Rüte hat ne Pizza. Ähm. Sollen wir kurz, bevor du auf Bereit klickst, sagen, dass sie jetzt zum Abstimmen äh, gleich bereit sind sollen? Das können wir machen. Ich weiß nicht, ob die Spieler oder auswendig kennen. Ja, aber dass sie wissen, dass gleich was kommt. Weißt du, was ich mein? Möge der Beste nicht Feini gewinnen. Und den Charakter wählen kanns auch nicht. Boah, die Drogen. Ja. Ich bin doch bereit. Gut. Dann schreib jetzt wählen und drück auf, äh, bereit. Okay. Ich liebe diesen japanischen Anzeiger. Wehe macht Putz drum. Dann töd ich euch. Dann kann man das machen. Ja. Taa. Okay, wenn ihr das so wollt. Bomben fangen kann man ja auch nochmal machen. Ich. Boah, Alter, nicht schon wieder Basketball. Oh. Das ist der zweite Dota, oder? Mit seinem Basketball hier. Der Karl. Ich hab auch gedacht, dass das von Dota kommt. Ich hab auch gedacht, dass das von Dota kommt. Kein Bomben fangen. Lady. Go. Lady. Go. Bomben fangen. Eieieiei. Nein. Fabrosch ist nicht dabei. Nein. Was ist nicht dabei? Fabrosch. Ruhig. Ganz ruhig. Ich muss tief durchatmen. Ich hab ne Bombe. Nimmts. Nimmts. Was macht eigentlich Basketball da drin, ne? Nimmts. Die Dota nicht. Wow. Du bist nur am Hinter. Nein. Du Drecksaug. Komm her du. Alter. Ich hab mich hier zurückgeholt. Ich hab mich hier zurückgeholt. Alter, geh erstmal raus. Hast du mich gerade Bitch genannt? Ohohoho, das war krass. Ich auch schon. Ich spitsch dir was, Gabriel. Ey, die Sharks stand voll im Weg, oder? Du kannst ja gar nicht weglaufen. Oh nein. Ist doch scheißegal. Mein Leben retten mich heuers. Du warst schon tot. Oh nein. 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 Geh voll rüber. Warte. Ah, Sharks. Du hast Angst. Schnauze, Feini. Fuck. Ja, ich hab ein... Wir müssen nochmal bei uns auf dem Balkon fahren. Ach, das stimmt doch nicht. Ich hab auch einen. Hats! Hats! Wissen ist Mitter immer der Schnellste. Also ich bin satt. Nein! Warum? Ich hatte Basketball. Ich hasse Carl ab jetzt. Warum? Ich hatte geschrieben. Er hat Basketball gewählt. Ja. Ja. Ein Tor! Also ein Korb meine ich jetzt natürlich. Ich weiß nicht, ne? Oh, ich weiß nicht mehr, wenn das zu dir geht. Nein, 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 nein! Stoppt ihn! Yeah! Fuck! Wieso macht ihr sowas? Damn, son! Ich mach diesen! Basketball die Scheiße! Nein! Fuck! Nein! Nein! Ach komm schon! Was? Ich bin durchdurchdurchdurchdurchgelaufen! Nein! Gibt doch den dummen Ball her! Oh! Mit dem Curse mal rein! Oh, das war ein geiler Dank, ne? Go! Der hat selber nicht gedankt. Ja, okay. Der war nicht gut. Nee, der war scheiße! Ich hab gehofft, dass der Franke noch einen coolen Witz bringt. Unter Wasser, Alter! Ich hab mir auch anders überlegt. Unter Wasser! Unter Wasser! Das wird's auch so! Der Detch uns immer ins Knie ficken will, das wissen wir ja, ne? Der Detch ist ja auch ein Knieficker. Aber dass der jetzt Zerkarer uns auch noch ins Knie fickt. Standard! Du sollst dich hinstellen! Das macht keinen Sinn! Ja! Ey! Spongebob machen wir mehr Sinn! Oh, echt nicht! Dämliche Agrarik-Spulserei! Hier liegt Wasser! Ja, wer wär's hier doch? Der hat sich auch... Oh, der Wink der Hussi, ey! Erstmal! Die Kuse! Ich will flack, plack, 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 plack! Plack, 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 plack! Du bist gut, man! Plack, 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 plack! Ja, Alter, du bist jetzt voller Tim Wiese! Ach, nö! Boah! Boah! Du hast mich gefickt, Alter! Du hast mich gefickt, Alter! Klatsch! Du hast mich gefickt, ey! Fick, ey! Hahahaha! 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 Nein! Fick, du! Fack, du! Fack, du! Du, Mann, muss bestraft werden, ey! Lothar ist Tim Wiese! Tim Wiese sind zu Maschinen! Eleusen. bisschen! Beim Bogen! Leute, Leute, ich habe.. ich lieb finanair gesplatzt, ich liebijn geld! ... Schlimm finanair. pentru estar by gebasen Please. 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 Please! idoosie Ah, ist der? Warum bin ich gestorben?! Weil du sich bewegt hast! Ich hasse euch alle im Chat, ihr seid solche Ficker, ey. Ich hab gewonnen! Ian, ich hab dich lieb. Ficker, ich nur schreibt Dota. Ah, warte, das ist ein Spiel, oder? Das ist das Spiel, wo es dir nicht geht, weil wir nicht absinken können. Wieso? Du hast mich getötet. Ich hab dich nicht getötet. Wo kommst du denn auf einmal her? Ja, ich bin unsichtbar. Das ist Wahnsinn. Ich hab dich nicht erwartet. Oh, war lecker. Alter, du bist drin. Bewegt dich, bewegt dich. Was waren denn das für Strategien? Ach, da lebt nur noch einer. Ja. Ich hasse unser Wasser. Der wäre ja schneller geschwommen, hätte ich das gewonnen. Ah, kennt man sein gesagt. Da ist mich er jetzt geübt. Ich hab's nicht gesehen. Ha! Das meinst du? Ja, kommt weg! Boah, neck mich, Feini von hinten, du Drecksau. Immer. Ja, das glaub ich dir nicht. Kann nicht anders. Ja, das glaub ich dir nicht. Boah! Okay, Baron. Also kein Unterwasser und kein Basketball bitte. Das ist so beschissen. Ich wollte meine eigene. Ah, und immer Farbrausche. Immer Farbrausche. Immer Farbrausche. Immer Farbrausche. Immer. Das war knapp. Ich muss überleben. Als ob man mir was Schlechtes will. Natürlich. Oder kann. Ah, meiner. Oh, das ist Schlechtchen dort. Angriff! Offensiv! Nein! Du musst! Du musst! Ich muss der Reichtum. Oh yeah. Oh yeah. Jetpack? Jetpack? Kommt Jetpack? Nein. Du hast den Bomben abgeworfen. Da werden Bomben abgeworfen. Kennst du das nicht mehr? Oh. Go. Was ist das, Alter? Da kann man voll schieben damit. Du hast als erstes den Ball. Hör auf zu heulen, ey. Das gibt's doch nicht. Das macht er noch. Oh. Oh, mein Gedankt! Oh, ihr Arschle! Was? Ist nicht die Possibility? Das gibt's nicht. Der hat mein Ball geklaut! Das ist echt so. Ich hab das aufgesehen. Ich dachte, ich dachte, ich muss das nicht mehr werfen. Ich wollte, ich wollte werfen. Ja! Das kann ich aber werfen. Ah! Du Arschle! Verpässt dich! Nein! Wieso gibt's die Schuld, wenn du schreckst aus? Ja! Oh! Ja! Ja! Du warst gekommen! Ah! Ja! Mh! Baktantak! Boooomtak! Oh, ein Kusel! Alter, ne! Ja, ja, das ist jetzt speziell. Was anderes ist das klar. Ne! Wie gesagt, das ist ja nur die Capture Card, denk ich! Ist das lecker, wie schweilt die denn? Ja! Drecksau! Verpässt dich! Verpässt dich! Ja! Ja! Ich steh auf Heimer, hier. Nein! 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 Ich hab... Alter! Ich hab doch Franke berührt! Ja, Mann! Weg! Für Jonas reicht mir Reaktion nicht. Mit der Vater hat mehr Körper als fein ist mehr man nicht. Oh, Franke, du siehst richtig nice aus mit deinem Raketensack. Egal was man... Egal was man kriegt... Ja, was soll ich darauf sagen? Ja, Tawaii. Ach ja, Tawaii! Du musst mir noch Danke sagen, ne? Wen? Ja, was? Tawaii muss mir noch Danke sagen. Quatsch, du brauchst Danke noch nicht. Ah! Ich bin falsch geflogen! Nein! Scheiße, ich sterbe gerade. Was mach ich denn? Voll die coolen Moves. Alter, ich seh gar nichts mehr! Ich muss die Augen offen machen, manchmal hilft das. Boah! Ah, das gibt's doch nicht. Ich will nur vor Shark, Sam. Einen Dank haben. Ja, ist egal. Bitte! Du kannst ja nicht. Eikuse! Eikuse! Wir müssen alle nach oben gehen! Ich dachte, ein paar sind gestorben dadurch. Komm, 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 Meta! Du bist Putze! Nein, das bist du! Aber nicht hier daheim. Wir müssen die Flächen nicht weg! Eikuse! 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 Ich bedanke mich nächsten! Oh! Welche Art denn? Äh, ja! Eikuse! Eikuse! Da blieb ich ab! Fick dich, Alter! Mein Leben verweckst du! Ah! Oh! Fuck! Nein! Ich kann fliegen, Bitch! Ich kann fliegen, Bitch! Ja, Bitch! Oh! Eikuse! Eikuse! Wir haben nicht hingeguckt! Ja, Dota, ich weiß Bescheid! Eikuse! Oh! 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 Lecker! Wie gesagt, diese Fressmaschine komme ich nicht an! Yo, man! Basketball! Fast! Oh! Es gibt immer noch ein Mutaturr! Oh! Was ist Falswürfel? Was ist das denn? Was ist der Turbo-Modus? Das Spiel wird schnell! Richtig schnell! Ah! Oh! Hä? Das ist doch genauso langsam wie vorher! Ja, wir teilen doch schnell ab! Ja, das ist für Recht, solange ich einen Korb habe! So, kommst du hier nicht vorbei! Alter, ich bin das Center! Mir kommst du nicht vorbei! Du kannst gerne in das andere schießen! Aber jetzt fühlst du dich nicht dahin! Ach, man! Alter, stell dich doch einfach mal... Irgendeine stell dich doch einfach hinten an den Korb dran! Warte mal ein bisschen klug, Leute! Der Ball ist einfach viel schneller! Hat er fast viel! Ja, wenn man mit dem Flughafen will! Neeeee! Neeeee! Hahahaha! Was?! 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 Wieso?! Was?! Das ist unfair! Die Spiele starten direkt! Das ist der Unterschied! Huch, huch! 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 Das ist cool! Das ist aber mal geil! Das ist echt cool! Das ist nice! Das ist nice! Man verzerrt dir schon wieder ein Freeze! Was?! Dann hast du ja gar nicht meine glorreichen Basketball-Künste gesehen! Wo ich nur... Ich... bin ich einfach... Ich... bin ich einfach... Oh, wir schießen dir! Ist nicht direkt los, die Dinger! Ich... Ich... Ich einfach wusste, dass das... Das ist Karl war! Das ist... Stirb Franke! Stirb Franke! Stirb Franke! Stirb Franke! Was wollen denn alle von mir? Stirb! Ich hab nur da... Ich hab nur eine arme Runde schießen! Ich hab Angst! Ich hab wirklich Angst! Ich hab wirklich Angst! Ich hab wirklich Angst! F**k! Wer schießt denn hier an? Ah! 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 Was?! Was?! Bullets! Bullets! Zombies! Wow! Nice! Nice! Nein! Kusel! Oh! Mann Alter! Ich will was trinken! Das ist doch cool! Das ist doch cool! Das ist doch cool! Sag dich in meiner menschlichen Stimme! Ja! Ich bin weg! Was?! Wer will sie haben?! Oh! Da ist Feiny da und die macht dann langsamer! Nein! Mann! Scheiss! Ach! Feiny! Nimm sie! Trax sie mit... Mit Liebe! Waaah! Ich... Komm, Alter! Nein! Ich will was trinken! Ach f**k! Dein Controller war kaputt! Boah! Ich hab bei diesen... ...eine heißere Stimme! Ja! Mehr nicht! Nehme sie ab! Ich bin mit Teams! Level up! Leute! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Selten Mode! Sie spielen kein Team Feiny, weil sie schon niemand im Team haben! Wow! Nimm sie! Ah, sehr schön! Ich werde morgen keine Stimme mehr haben! Tja! Das ist angenehm! Das ist schade! Ja! Können uns ja gar nicht tief und ähnlich unterhalten! Wir unterhalten uns auch nicht! Okay! Okay! Das bleibt ja alles beim Halten! Ja! Bist du fertig? Ja! Wie schön es ist, dass du einfach meinen Skin nicht übernimmst! Ich hab keine Ahnung warum! Egal! Basketball mit Kappa greift nicht! Ist ja ein Kappa dahinter! Schnell Laufgaben machen! Meta hat 911 Runden gespielt! Oh Feini! Geh weg mit dem scheiß Fahrbrausch! Ja! Aber nur mit euch! Nie alleine so richtig! Fahrbrausch ist doch echt! Fahrbrausch ist doch was für ein Mädchen! Und Dutch will uns wieder! Wählt doch was, was ihr noch nicht kennt vielleicht! Gibt es da was? Nö, ne? Schwindel! Lady! Go! Fallende Blöcke! Oh schade! Fallende Blöcke wäre aber harsch gewesen! Ja! Farbrausch! Bei Farbrausch wäre ich jetzt eine Arze! Warum? Schade! Ein wenig zu spät! Fallende Blöcke wäre ich nice gewesen! Weil die fallen so gut! Weil die fallen so gut! Was jetzt? Weil das kann ich! Shootout! Oh! Was ist denn so gut? Haha Shark! Haha! Haha! Das ist shit! Das ist shit! Haha! Feini! In your rücken Feini! Oh fuck! Farbrausch! 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 Nee, ich mach gar nicht! Das ist meine Privates Space da oben! ich mach einfach nur so aus feinkommen witzig! Rock! Oh Gott! Lockvögel! Zwei Stimmenstunden für Lockvögeln! Oh yes! Ich hab die Arbel Usher gekauft! Ball 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 Ich bin Durst gerutscht. Ach nö. Wo ist der Ball? Fuck. Der war rechts. Oh. Der wird doch nicht reißen. Fuck. Mann. Franke. Pass mich nicht an. Ich bin da. 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 Das war knapp. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Die Matt hat man noch nie bepasst gemacht oder? Du kannt die nicht. Doch. Doch. Hatten wir schon mal. Gab auch. So. Dann werden wir euch mal ein bisschen erschrecken. Ach scheiße. Ich hab keine Ahnung. Hallo Schatz. Du bist so hesslich wie die Nacht, Franke. Nein. 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 Ich bin da. Ja. Ich bin de snake behavior. Ich bin immer ... Herr Oldo. Ich hab den Schneider mit der Mannschaft controller weg. die Becker menschen wenn ich das ist nicht ja ist Das war Gnab-Putschi! Ja, Dropkill, muss ich nichts machen. Nee, ich hatte keinen Geld. Oh, macht ein bisschen Ping. Ich war gerade alleine gegen drei. Blau. Blau. Please, nimm Blau. Please, please, please. Please, nimm Blau, bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, ich hätte irgendwie wieder Blau gemacht. Baron. Ja, Matt, ich liebe dich. Komm schon, komm schon, komm schon. So langsam macht's knapp. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah! Gehste! Das war knapp. Statischer Sprung, yeah. Ja, guck schon, guck schon, guck schon, guck schon. Ja, guck schon, guck schon, guck schon. Danke, Matt und Baron. Wo wohl seid ihr? Das ist die Sharks. Das ist berührt. Alter! Alter! Das wäre eine fette Sau. Die ist von unten. Und wir sind schon ein Spiel weiter. Die Guse. Oh nein! Ach, warum sind das? Also, Sharks, komm. Komm, komm, meine Minions, färbt ein. Sharks, du bist ein bisschen... Ist das gleiche, wie wenn du es bei Basketball also nicht machen würdest. Ich hasse diese Karten hier einfach. Oh, gut, ja. Ja, ich renne. Da kann auch Schmetter niemand schlagen. Das ist gleiche bei, äh, bei, äh, bei Dings, äh, Fenster putzen. Macht man auch nichts anderes. Alter. Wo ist der Fall? Ach da! Wo schießt man eigentlich? Wir spielen mit Tastatur. Werfen, halt. Unten. Unten. Ah, okay, danke. Wo überhaupt irgendwo einer ist. Es ist schwer, ne? Ah, jetzt macht er schon wieder einen Ball. Ja. Wo ist der Ball überhaupt? Im Porten ist der. Oh, ich hab so viel Delay. Oh, Otis. Oh, Otis. Ja, echt mal. Wie, wie, wie? Was war es noch? Ah, das ist... Da müsst ihr mal Pause und wieder Play drücken. Dann könnte es wieder ordentlich laufen. Ja, Otis hat uns ein Kudine. Was haben wir denn jetzt hier? Ah, schreckige Schränke. Wow, kann ich nicht vergessen, ey. Ich hab mich zu Tode erschreckt. Nein! Das sah süß aus, wie du eigentlich spielen hast. Ja, ne? Hallo, Dan. Hey, Dan. Don is in the house. Hey, Dan. Hey, Dan. Stachelball. Oh, nein. Stachelball. 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 Da rule ich auch. Äh, Dota. Hast du mal einen Tipp für mich? Oder kennst du ein gutes Programm, um vielleicht mal alle USB-Treiber zu bereinigen? Das würden diese gerne mal versuchen. Damn, Sam. Flat one's match. Oh, nein. Oh, das wird interessant. Ah, Franke, wie geht's dir? Hast du Bock um Päsentät? Ich kann ja heißen Kakao über dein Gesicht schütteln. Wow, oh nein! Wir werden jetzt erstmal alles oben machen, weil er da oben liegt. Ach, der Feiny ist cool in dem Spiel. Halt die Schnauze, Kakao. Dann ist jetzt was los. Ja, fertig. Welches Spiel ist Feiny? Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße, wo sollen wir hin, Leute? Ich bin schon tot. Danke! Ich schrapp dich da raus, das sagst du schon, ne? Er tut doch nur. Ja, ich schrapp nur gesagt, du sollst da weg. Wow, ich sehe ihn noch. Alter. Ich sehe nichts. Alter, ich lese das mal durch, was Dota geschrieben hat. Leider nicht, nur Systemverwaltung. Pass aber auf, wenn du manche USB-Treiber installierst, bootet dein Windows nicht mehr. Ja, Glückwunsch. Das ist doch, wo ich richtig Lust drauf habe. Der Windows ist sowieso bewertet. Vielleicht hätte ich mich einfach mit. Oh. Oh, Drecksau. Oh, der ohne Stました. Chaos... Ach, es gibt Farb, Farb, Farb. Rausch, die Farben weg. Oh lalalalalala. Wie immer einer hinter mir herläuft. Du bist halt... ... ein paar Fümmel an. Wie einfach nie mehr was Reader übrig ist am Ende. Wuuuh! Wuuuh! I like bananas. Ach stimmt, das ist der der jetzt. Oh! Ja, da kannst du jetzt extrem cheaten. Ja, aber ich sterbe dabei. Ach, fein... Das ist doch gar nicht wahr. Ja, jetzt bin ich zusammen dabei. Perfekt. Jetzt muss ich das gar nicht spüren. Und lass mich doch wenigstens einen Korb machen. Oh, danke. Ich kann den Korb geben. Oh! Ach so, feiner liegt ja auch noch. Ich kann den Korb geben. Der sieht immer gut aus. Dann! Oh nein, ich hab ganz schlimme Sachen im Check gelesen. Ach, das ist damit gemeint, was die geschrieben haben. Ich dachte, die haben das Spiel geschrieben. Oh nein, wir bleiben einfach irgendwo. Oh, geil. Dieses scheiße Lachen. Nein, nein! Ich steck alle aus. Was für ein Scheiße. Wer will denn sowas spielen? Wer behält denn so ne Scheiße? Das wäre lustig, wenn so Spikeball oder sowas kommt. Scheiße! Scheiße! Nein! Ja, nee. Ja, nee. Das ist unfair. Weil Meta kein Leben verliert, wenn das Spiel geht. Nee, das können wir nicht machen. Nee, das geht nicht. Ich hab einfach mal gar nichts mehr bei mir gesehen. Ah! Das ist unfair. Oh ja, das ist es. Deswegen hat sich Frank auch schon töten lassen, damit das nicht so lange dauert. Ach so. Ach so. Lieber diese scheiß springenden Kack-Dinger da. Oh, T-Balance. Das ist geil. Das wird geil mit nicht bewegen. Das ist geil mit nicht bewegen. Ja. Kann ich da auch mitmachen? Ja! 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 Nein! Nein! Aber, aber man kann springen. Fuck, ey! Oh! Oh! Ey, was für eine Scheiße! Nein! Nein! Die hat's nicht mehr bis zur Bewegung geschafft. Fuck! Oh, Kusel! Scheiße! Wow! Hey, leck mich nicht schwach, viel zu weit. Ich leck mich da hin. Oh Gott! Oh Gott! Fuck you, Midaka! Fuck yourself! Oder so. Fabrausch! 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 Oh Gott! Hey, Kusel! Oh Gott! Äh... Ja. Äh... Oh Gott! Ich hab' die Komi... Ich hab' die Komi... Ich hab' die Komi... Aber gut, das kennt ihr ja schon von mir. Ich bin der kleine Tech-Sau. Fuck! Danke, du Schwach! Okay, er hat ihn gespeist. Fuck! Fuck, er holt auf! Fuck! Ich bin... Geld... Detsch! Ich hab' einfach Hunger! So, was müssen wir? Ha! Das! Fuck! Du hast es grad noch gesehen! Gute Nacht, Otis! Gute Nacht, Otis! Gute Nacht, Otis! Schlaf süß! Träum' was Schönes! Nein! Ich hab' heute geträumt... Ich hab' heute geträumt, dass... Dann kam der auf einmal angebrannt! Fani hat heute geträumt! Oh! Yes! Ich hab' heute geträumt, dass ich Zug fahre und von hinten mich verwirkt! Wer? Was? Irgendwer! Warum träumst du sowas? Ich hab keine Ahnung! Unter Wasser! Ja, das ist geil! Nein! Doch! Du kannst nicht bewegen! Unter... Nein! Unter Wasser ist total behind me! Ja, warte mal! Hey! Weg ab! Nicht da! Du hast ja lang überlebt! Das ist ja... Ach so! Ich dachte grad nicht... Ich dachte grad, was damit nicht bewegen? Also be... Bewegen... Nicht... Was? Hör auf zu reden! Was? Nein! Wann bin ich gestorben? Weil du in die Kugel gelaufen bist? Ja... Nein, bin ich nicht... Das ist eine Lüge! Nein, mit liegt dein Arbeiter! Ja... Überspiel... Ja klar! Ich kann euch in Deutschland und du fällst den Ball... Boah! Das war knapp, Junge! Ich hab mein Leben riskiert für diesen Ball! Was? Das Wasser ist so kacke! Woll Franke! Bitte darfst du das Spiel nicht gewinnen! Jawoll! Ey, du bist nur gegen mich! Ich bin gegen wen in der Ball hat! Was erwartest du? Ich mein eigentlich Schatz! Ich darf das Spiel gewinnen! Nie! Nein! 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 Ich bin auf jeden Fall vor, Shark zu sehen! Das reicht mir! Kommands! MG! Die stehen im Spiel! Die Kommands! Die Kommandis! Oh! Oh, ich sterbe gerade! Ja, ich auch! Ja! Wir müssen das jetzt wieder! Wieso stirbt Feini immer? Das ist eine sehr gute Frage, Käse! Dann lass uns mal drüber reden! Halt die Schnauze! Ich war da! Ich war da! Man sollte eher fragen, warum sterbe ich? Aber... Warum melden wir eigentlich mal, wenn die Farbe ist immer Feinis Farbe? Sie beleidigt das ganze Spiel und ist nur bei diesem einen Spiel nett zu euch! Ihr dürft sie nicht einmal werden! Oh, da bin ich fast reingelaufen, tatsächlich! Nein! Verpiss die Schocks! Ja, dann drück mich doch nicht einfach weg, du blöde Kuh! Ich muss aber aus der Ecke raus! Meta, will ich so einen Laser reinspringen? Warte, ich überlege... Gegen Ende vielleicht! Ah! Oh nein! Meta darf nicht gewinnen, Tranke! Warum nicht? Sonst ist das Spiel vorbei! Sonst ist das Spiel vorbei! Sonst ist das Spiel vorbei! Ja, und jetzt? Wie weiterspielen? Wir sterben beinahe gleich! Oh, noch... Nein! 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 Aber ich bin vor Sharks, das reicht mir! Ich bin vor Sharks, das reicht mir! Oh, vor allen Dingen, so stehen wir jetzt bei uns nicht. Oh, das meinst du nicht so! Aber schönen Abend, MG! Aber genau so funktioniert es! Genau! Ich hab Hunger! Schön für dich! Heavy Ballets! Willkommen in Level 37! Ähm... Alter, 499 Siege? Meta? Kannst du mich... Äh, ich versuch mal kurz raus zu gehen und nochmal rein zu gehen, weil irgendwie... Ich auch! Okay, wir haben einen Platz frei! Lass mich bitte einladen! Bitte! So, der möchte jetzt... Bitte! Ich hab sie eingeladen! Ja, ist okay! Was hast denn du? Franke hast du eingeladen! Nein, ich bin auf Feini gegangen! Server voll! Oh Gott! Äh... Da! So, jetzt! Äh... Ich bin hier! Kennst du das Spiel MG? Oder MG? Wie würdest du ausgesprochen werden? Ich weiß es nicht! MLG, Bitch! Twitch... So, jetzt! Twitch-Delay heute hart! Äh... Pause-Play bringt nichts? Ne! Hilft nicht! Egal! Spiele ich wieder mit dem... Hast du das Spiel denn mal neu geschlachtet? Ist das jetzt nur beim Join-Each-Lead? Das hätt ich auch sagen können! Egal! Egal! MG! MG! Wie das erste Mal! Sagtest du MG oder sagstest du MG? Ah! So! Nehm ich so! So! Was haben wir denn? Was hat man noch nicht? F! Schnelllauf hat man noch nicht! Nein! Doch! Hat man noch nicht! Ne! Was hat man noch nicht? Äh... Gedeifung-Kontrolle! Ich meine was Gutes! Hier fallende Blöcke! Danke alle! Holler! Boah Detsch! Alter du wirst gleich gebannt! Wieso? Hat er schon wieder Basketball genommen? Der wird auch nicht gebannt! Kettenzingen! So! Go! Ja! Oh no! Ready! Was? Kein... 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 Kein Basketball! Was kann... Wie soll ich denn dann gewinnen? Schwere Kugeln! Zuckerschock! Ah ja! Das stimmt! Äh äh! Franke! Alter ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich nicht bewegen! Ich kann mich nicht bewegen! Hahaha! Hä? Ich hab gedacht du den Sharks getroffen! Wow! Du hast gar nicht gewusst, dass du einen Schuss drin hast! Nee! Voll lustig! Ich kann mich nicht bewegen! Go Sharks! Ja! Ja! Hahaha! Go Sharks! Du hast genug Chancen! Irgendwann ist auch mal vorbei, ne? Alles klar! I like Bananas! Wie Guse! Okay jetzt kann ich mich bewegen! Keine Ahnung! Das war nicht Team! Egal! Nicht mehr lange! Hup! Du hast überlebt! Alter! Das ist Mitte bei mir ist wiederum! Alter! Hinten! Hinten! Wir haben dann beiden! Die ist immer gegen dich! Immer gegen dich! Ah! Geiler Spawn! Hahahaha! Immer der gleiche Fehler! Ja er hatte nicht viel Wahl! Oh nein! Nein! Nicht NSV! Ne! Ich sag's mir! NSFW! Ja ich sag immer V! Definitiv NSFW! Der Baron! Lebt damit! Oh man, oh man, oh man. Ich bin nachschatzgesommen hierher. Oh Gott, ich bin hier echt versprungen. Feini, du hast trotzdem so einen kleinen Scheißbalken wie hier. Ein Scheißbalken? Ein Scheißbalken. Oh Gott, die wollen uns nackig sehen. Also auch unerkennen, ne? Oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Not safe, oder? Spiken-Bohnen. Wie das einfach geil ist, dass das verpixelt ist. Wie gruselig. Wie das einfach geil ist, dass das verpixelt ist. Wo geht die Kugel hin? Wo geht die Kugel hin? Ah! Na, Spieler! Lass mich! Boah, Schax, du gehst mir so auf den Sack gegen den Kopf. Ja, dann geh doch nicht gegen mich, du Scheißbalken. Alter, geh zu deiner Mutter heulen, ey. Ja, Mama! Ja! Was? Seid ihr alle immer gegen mich, oder was? Ja, natürlich! Wir sind alle gegen mich. Ja, klar! Oh, Kochi. Boah, Dego. Nein! Meine arme Stimme! Wo bin ich? Was? Wo bin ich? Da! Ich bin Ping! Du bist ja die ganze Zeit Ping! Ja! Und wie gut ist das denn? Ich bin sowas von Ping! Ich kann sowas nicht, so Jump'n'Run, ey. Ich bin so voll Blödsinn. Oh, oh, was mach ich da? Ist das? So, ich lebe noch! Wie bei Sims... Ja, wie bei Sims. Oh, ja. Langweilig. Oh, war wohl. Oh, das ist ja krank. Dann lass ich doch was anderes erwarten. Kusel! Oh, welcher Pixel bin ich? Ah! Ha! Wie die Winkau, nur mal zuerst schon. Ha! 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 Ja, das ist ja schön. Das seh ich halt auch so. Ich bin gegen Feiny gehandelt. Die blöde Bitch ist gesprungen. Das war doch ne kluge Aktion. Obwohl ich nicht glaube, dass die es absichtlich wird. Oh, ich... Ich werde... Ich werde gekuschelt. Nein! Das war Absicht! Das war Absicht, Peter! Das war Absicht! Ich hab das voll gedänt! Bitte komm! Ha! Feiny, stopp! Ja! Nein! Doch! Feiny Smash! Feiny Smash! Feiny ist ok für euch alle Arte! Oh nein! Da stehen wir uns nur einig! Oh nein! Das ist mit Pixel echt blöd! Ja, Peck! Fuck! Es ist blöd, wenn Mid da neben einem steht und dann wegschubst. Ja! Das ist echt doof! Scheiße! Nein! Inkochi! 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 Ich bin immer noch hinter Shark, das darf nicht passieren! Oh, kriegst du schießen! Nachkrieg nicht! Nein! Wer hat mich zerfickt, Alter! Meta! Äh... Dumm! Feiny, go! Meta! Fällt dir auf Angegd eine gute Programmiersprache für einen Offline-Quiz mit Auswertung ein? Am besten mit Highscore! Offline-Quiz? Cool! Wurde es dafür eine spezielle Programmiersprache sein? Weil das ist doch was, was jetzt nicht in jede Art gehen würde. Also Offline... Warum nicht so scharf oder sowas? Warum? Ja, so scharf ich es aber... Das ist doch... Ah shit. Halt er ist mit. Ich wünsche ich es dir, dass ich es hier möchte. Aber ich bin Fan von dem .NET Framework. Ich mag das. Also, das ist eigentlich auch noch. Go. Was haben wir eigentlich noch was? Geister. Was ist eigentlich der Mutator? Geister. Jetzt ist es wie bei einem Geiststreck. Mutat! Mutat! Hier ist ja nichts mehr. Ich muss selber bauen. Ach so. Nicht immer noch von unseren. Nein. Ich dachte, es ist wieder dieses Bootlose. Ich hab mich schon gewundert. Wir sind geil. Ah, nee. Kaffst du die Geräusche, oder was? Ja. Ach so, ich dachte schon. Hä? Wenn sie da so kornische Geräusche im Spiel. Oh, da hab ich schon wieder zu. Ah, die Kugeln. Äh. Ha! Wo geh ich hin? Oh, nö. Ich geb zu Frank. Hallo. Oh, das ist echt super. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ey. Das ist drum. Noch stehe ich ganz safe hier. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Ah. Oh. Oh. Da kommt einer. Alter. Scheiße. Rukachi. Humu. Ikuse. Aber es ist nicht allen gleich elegant. Ja, das stimmt. So, jetzt weiß niemand mehr, wo wer steht, das ist gut. Ja, bei uns sind sie die beiden. Das kann ich nicht sagen, aber ich sag mal Primer passt auf jeden Fall schon viele Möglichkeiten. Die Sprache, die der Darumwelt ist eigentlich relativ egal. Junge Tiny, verpiss dich! Warum ist Tiny nicht nackt? Weil das keiner sehen will. Ich bin ja da rübergeprungen. Ja, und deswegen bin ich nicht rüber gesprungen. Ich wollte nämlich rüber springen. Ach, Schwindel. Das ist nämlich genau das, was ich eben dachte, dass wir jetzt haben. Oh, das ist ja ein super Start. Alter, Frank, du trägst vor der Fernseh im Weg. Das kann ich nicht beurteilen, ich seh nämlich nix. Ja, eben! Gut, dass du zuerst gesprungen bist. Gut, dass du mir im Weg standest. Ich war unsichtbar. Ich hab dich nicht behindert. Oh Gott, ehrlich. Den Weg stehen können wir alle einfach prima. Da ist die Google, da ist die Google. Ich denke, ich hab die Google mitgeschopst. Jetzt hab ich dich mitgeschopst. Jetzt hab ich dich mitgeschopst. Wow. Wer hat jetzt hier was? Ich weiß nicht. Ist das jetzt der Sniper Ghost Elite oder wie? Eigentlich, wolltest du mich etwa dran kicken? Ich war nicht tot, ich war das. Ach so. Ich hab das gesagt, aber... Danke. Ich bin oben drin. Ich dachte gerade, wo bin ich denn? Ja, du siehst ja, wo ich bin. Das ist voll unfair. Da hab ich aber tatsächlich immer nicht drauf geachtet. Ja. Warum mach ich das? Ich wollte durchspringen, hab gesehen, dass keine Plattform wird. Doch mich durchgesprungen. Oh, I like to know this. Das soll ich ebenso machen. Ach, wir müssen uns knuddeln. Oh nein. Nein. Ich hasse Körpers. Da sterb ich lieber, bevor ich schreie. Ja, wow. Wie soll das denn gehen hier bitteschön? Kuscheln. Komm Frank, ja. Kuscheln. Ja. Ja. Alter. Wow. Ich, 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 ich bin hier frei tot. Ich hab keine Kuscheln. Ist ja abartig. Oh, vor allem der Blöck mit Kuscheln, das ist eklig. Also bei Frank, du kannst immer noch so einen Test in T abgreifen. Aber Schatz. Komm mit runter. Ja, ich bin ja auch nicht. Ja, oder so. So ist auch okay. Was hast du denn in der Mitte? Das ist mein Stängel. Hallo ihr Süße. Ah, wie ein Verlächeln. Ja. Schön. Hallo. Der Frank kommt drauf, ey. Geh weg, ich will zu meinem Schatzi. Oh, ich komm von hinten rase. Oh. Komm, wir bewegen uns gemeinsam. Als Einheit. Als Einheit. Meine ist so lecker, so ist mein Mann. Leute. Ihr müsst bei mir bleiben. Sonst sterbe ich. Ohne euch bin ich nichts. Geht zum Wissen. Ohne euch bin ich nichts. Geht zum Wissen. Geht zum Wissen. Oh. Harry Potter 2005. Oh, jetzt ist es schön. Wunderschönen guten Abend. Schatzi, komm her. Fuck, jetzt sterben wir alle am Strang. Gott, ich bin in der Mitte. Ich möchte nicht in der Mitte sein. Ah, nein. Okay. Komm Schatz. Ja. Geh du nach vorne, geh du nach vorne, lass dich töten. Was? Du verarsch. Geh. Du Arsch. Geh. Opfer dich. Oh, nein. Das ist schön. Mann, oh. 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 Nagkampfkugeln. Oh, lass mich. Okay, Knudeln und Nagkampfkugeln. Wenn das nicht der Tod ist. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. So richtig link. Hahaha. Eigentlich wird man hier auf jeden Fall inschneiden, ne? Macht das denn einer? Keine Ahnung. Level Up. Du Level Up, oh. 1,1,2,3. Die Meter sind hier abgestiegen. Üblich Mode. Das können wir gleich schweren. Nicht Üblich Mode. Ähm. Eine Runde dann Schluss. Ja. Ja. Seid ihr damit einverstanden? Äh. Ja. Hahaha. Ich habe einen neuen Charakter. Den Hotto Dogu. Oh Gott. Den werde ich jetzt. Damit gewinne ich nicht. Der hat Senfaugen. Den muss ich aber eigentlich gelb nehmen. Okay, einmal Team noch. Nein, nein. Ich bin pink. Wow. Einmal Team hätte man machen können. Zum Abschluss. Nein. Oh Gott. Dann drückt bereit. Die sind ja schon da am machen. Achso. Oder auch nicht. Ja, ist okay. Okay. Verreicht. Ihr könnt wählen. Hat er schon geschrieben. So jetzt. Ah. Frank ist viel zu schnell. Ja. Der hat so eine schnellen Sorte. Das wird seine Freundin irgendwann auch noch sagen. Welche Freundin? Die du irgendwann mal haben wirst. Feini. Das sagen alle. Außer ich. Ja, du bist noch jung. Kommt noch. Wir hatten immer noch keinen Schnelllauf. Schnelllauf. So. Was ist noch hier? Was wir noch gar nicht hatten. Die Sorte. Ähm. Gedankencontroller hatten wir noch nicht. Sprungschuss hatten wir nicht. Aber der ist doch super scheiße. Ja. Was ist denn? Ist Raketenlauf das, was wir gerade eben hatten? Äh. Raketenlauf ist das. Diesen. Diesen. Raketenlauf kenn ich gar nicht mehr so genau. Genau. Ist das nicht wo die Raketen hinterher kommen? Ja, ja. Wahrscheinlich. Wir werden es gleich sehen. Ah, Hutjagd. Superhot. Ah, das ist der. Das hier. Das ist superhot. Achso. Das ist superhot. Äh. Ich. Nein. Äh Franke? Spielst du dich mit? Ja. Jetzt. Darf ich erstmal herausfinden welche Steuerung ich jetzt aktiv habe. Äh. Wo war ich gerade? Blaue Feini ist weg. Feini hört man auch nicht mehr. Achso. Ich war einfach nur auf dem Fenster ausgetappt. Fuck. Wow. Man hört mich nicht mehr? Nein. Oh Feini. Deswegen war es so. Oh ich auch nicht. Hört man mich? Ja. Ja. Okay. Fuck. Da kommt doch unten eine. Warum sagt sie man hört mich nicht wenn man mich hört? Man hat dich nicht gehört. Man hat dich gerade nicht gehört. Du Jace. Oh nein. Oh Gott. Ja ich habe aber nicht mehr den Pinken. Von daher. Ja jetzt hast du auch noch einen Pinken. Franke du mieser. Hutdieb. Güte. Franke ist der einzige der eine Chance hat gegen mich dabei Hutjagd. Manchmal. Ja irgendwie schon ne. Mit A und G. Wir sind einfach total für. Wir sind einfach total für. Ich hab ihn auch mal. Ich hab ihn auch mal. Nein. Ich hab ihn auch mal. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Zahn das nicht. Alter schnell lauf ich scheiße. Ich mag die Idolers. Zinf Gesicht. Zinf Gesicht. Na. Was? War das? Haben wir ja richtig ausgekostet. Das ist, weil Feinig Storm ist, hat das bei uns gezuckt und dann sind wir auch falsch gespielt. Ach genau, weil Tee uns langsam mal gemacht hat, sind wir dann auch eigentlich. Was ist denn Zufallswürfel? Das haben wir noch nie gehabt. Ist doch Scare. Wenn noch was Zufallswürfel, was? Mach nicht Lichter aus. Ey komm, das ist unfair von beiden Seiten zu penetrieren. Fanny ist so toll, Fanny ist so toll. Oh das ist schön. Was kannst du Feinig? Oh ja, das wird nice. Das ist jetzt der Evil Modus. Ist das eine Kugel? Ja, ja. Ah! Ja! Ah, Shark! Ah, Shark! Stirb! Verrecken! Scheiße, ich hab Angst! Boah! Boah, das war knapp. Wow, jump, jump! Ja, Feinig! Nice! Hast du verdient? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, das wird gut. Oh, das wird gut. Ah, war sie... Entschuldigung, Fragge. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, der wird so... Oh, lass mal leckern. Ey, wir sind beides Gerichte. Wir haben nur lecker! Wenn wir jetzt kombinieren. Sabom nam nam am. Ich bin ne Ziege, ich esse alles. Nom 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 nom. 求 zigzeig? 같아요. fearjeröferi from mam nom 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 nom. Oh, das wird scheiße, das wird scheiße, sieht aus. Ach, ein bisschen Gansbär. Oh, das ist uncool, oh, das ist uncool, oh, das ist uncool. Alter, warte, 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 warte. Das ist ja wieder. Ich hab's nicht. Du, du, du. Du siehst voll gehässig aus. Voll großhaft. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Da hat er keine Chance, da hat er keine Chance. Hier ist Raketen los. Rakete. Äh, nicht auf mich, äh. ja das war schönes spiel haben wir da geht es nahe kommt jetzt hoch und du ich kann dir das bisher noch nicht auch nicht auch sehr gut oder was verarschen oder wie und ein guter oder kopf ab es wird mit der wiederum gewinnt das habe ich nicht einmal gehabt ja eine sekunde schnell aber nicht unter wasser ich renne voran dann stört mich jetzt keiner Oh, das ist schlimm! Wow! Fein, die aus dem Schickleise würde pur. Das ist schon nicht sterben, reicht. Ah, Stachelball! Mann! Ist das auf mein Haarboot, ne? Nein. Wow. Er ist hier, er ist hier! Boom, 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 boom! Oh, tschuldigung, ich bin zu sterben. Bei Morkuse. Guten Tag. Könnt ihr mich bitte aus eurem Kurschenkreis rausleißen? Oh, ich will in der Mitte bleiben, ich soll auch nicht wegzuträngen gespatten. Oh, Feini. Keiner mag nicht, Feini. Hilfe! Ich mag jeder. Was? Ah! Mach jeder! Warum bin ich gestorben? Weil du tot bist! Lebe damit! Ich hab das Gefühl, man rutscht viel schneller irgendwie runter, oder? Oh! Fick, fick, schocken! Der K richtig hier am Spammen. Der Baron! Der Baron von Play! Ne, ist doch gut. Grüße! Ja, du glaubst, dir hätte das Spiel echt angetan. Der kannt ja das, glaub ich schon. Ne, aber Feier, kann es an. Kannst du doch nicht? Es kam so rüber eben. Aber ist doch Ruh, wenn irgendwer was... Ja, natürlich ist das Ruh. Ich meine ja, ihnen scheint das Spiel ja echt zu gefallen. Go. Go. Wir müssen ja versuchen, den Baron viel ins Team zu festigen, ne? Oh, was, was, was? Ich gebe auch meinen Granatplatz. Fick! Ihr Hügel! Ich müsste mal wieder ein bisschen Gatoru spielen. Vielleicht das? Ne, die geht. Oh, ist das anstrengend! Scheiße, ich bin ziemlich in der Zwickmühle. Zieb mal! Oh, wow, Meta. Ja, was soll ich denn da noch machen? Der Sprung war gut, aber was dann nachkam, hast du keine Chance mehr. Du hast ja einen gewissen Radius, in dem die Google mir keinen Schaden machen. Ach so, ja, aber wenn genau bei mir spawnen ist, ja. Ne, halt, ich bleibe beim Spawn machen. Ich hab den Wut nicht! Nein, aber doch nicht! Geh mal! Ernsthaft? Oh, nee, ich hab den Fingern. Ich kann nicht verstehen, wie soll ich denn tun? Wow! Ja, es gefällt! Ob ich solltest du gemeint zu mir! Nicht zu viel Sprengen und Stört! Sieh! So! Ne! Wo bist du halt zu gemeint zu mir? Wo bist du halt zu gemeint zu mir? Heute? Sie ist immer so zu dir und trotzdem hältst du immer zu ihr. Siehste mal. Als ob wir bei diesen Spielen doch nicht zueinander bleiben könnten. Ja, das ist der W! Turbo! So, jetzt erfahren wir nichts mehr. Alter, 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 Alter! Los geht's! Nächstes Spiel! Alter, die Kugel! Die Kugel! Die Kugel! Die Kugel! Die Kugel haben uns wieder lieb. Bei werfen wir zu spielen, hasse ich dich. Aber abgrundteam. So wie jeden anderen Ausschnitt. Ich hasse selbst Meter. Was? Mich? Kann man nicht! Also wisst ihr, was cool wäre, wenn die Kugel auch richtig schnell wäre? Ich glaube, das ist ja mega nice. Ist ja nicht so, als würde die hier rumtuckern oder so, oder? Wow! 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 Fuck you, ey! Wow! Wow! Das ist gracios! Oh, leck mich! Danke! Was ist denn so? Mist! Er stirbt jetzt! Er stirbt jetzt! Er stirbt jetzt! Er stirbt jetzt! Jetzt stirbt er! Jetzt stirbt er! Er schafft's nicht! Er schafft es einfach nicht! Die... Fuck! Nein! Scheiße! Wow! 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 Ah! Oh! Ich hasse auch Meter! Was?! Was?! Warum?! Wow, Karl! Wir müssen uns unterhalten! Ey, weil du so böse zu deiner Freundin immer bist! Ja, das ist aber alles zu Recht! Vor allem, die sucht ihr eine eigene Plattform! Kann doch wohl nicht angehen! Oh Gott! I love mich! Ich glaub langsam haben die das Muster der Buchstaben raus! Nee! Alles gut! Okay, hallo! Alter! Ah! Nein! Ah! Ja! Weiter geht's! Oh! Das ist großartig! Oh! Das ist großartig! Ich hab von hinten schon wieder die blöde Bitch! Ah! 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 Ich erinnere so ein bisschen wie an Valio Ware! Alter! Ich will das Spiel doch auch einfach mal! Diese Teleporter waren mir etwa zu schnell! Mann, Panko! Du bist immer am Hut! Ich bin am Zug, nicht am Hut! Ein Hut! Die ganze Plattform sei kackt! Ah! Ich hab den Hut! Oh nein! Und wir haben verkackt! Meta hat den Hut! Ich hab 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 den Hut! Oh! Yubikida Takei! Tögliche Berührung! Wir werden es sehen! Hä? Was war das nochmal? Was ist das passiert? Was ist jetzt? Ah! Okay! Hä? Ist jetzt im Spiel? Oh! Ja jetzt! Ah! Schackelball! Schackelball ist gut! Ah! 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 Ich stehe auf mich drauf! Fick dich! Nein! Ja! 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 Die Mindest Sekunde hätte ich heute direkt drüber waren! Wow! Wow! Wie schnell das denn zwar war! Was? Schnell auf! Ihr geht mal vor! Ich kann mal nach! Ach ne! Die töten wenn sie tot sind! Ja! Hab ich auch jetzt nicht verstanden! Ich geh wieder zurück! Ja! Klar! Ah! Geheimweg! Ha! Oh! Ha! Oh Gott! Meitex Balken explodiert gleich! Was? Oh! Pink! Äh! Den Blau! Den Blau! Bitte bitte bitte! Blau! Blau! Ja! Also wenn ihr Hotdog mögt, äh mögt, dann pink! Das sind nur geküffige kleine Ziegen! Ja! So schön ein Hotdog! Blau! Oder Toastbrot! Ja! Muss ich leider zugeben! Oder Toastbrot mit so einer Butterscheibe! Das ist auch ziemlich knorfre! Und irgendein so blau ist die etwas! Ja! Blau! Wär blau genug! Hey, lasst mich sterben. Dankeschön. Ja nun, da kümmerst du dich nach. Das flimmt rum. Kappa. Habst du das gesagt? Wow. Wow. Wow, Schatz. Level up. Ich glaub, Meta hat sich gerafft. Okay. Ich hab das gemacht. Oh super, ich hab Flott gebaut. Jetzt bin ich auf heute Abend. Spielen wir nochmal? Nein, mach noch Feierabend. Wir haben doch eben gesagt, wir machen noch eine Runde, dann ist vorbei. Welch überraschender Sieg. Ey, Frank hat heute das erste Spiel gewonnen. Ja. Das danach zählt alles nicht mehr. Genau, es ist so, jeder merkt sich nur den ersten Sieg. Wow. Und für was denn? Wenn man mal nicht die Kontrolle darüber hat. Ich hab kein... Quiplash, oder wie das heißt. Das ist doch nur englisch. Quiplash. Nee, das ist einfach... Ja, englisch, ja. Es ist englisch, du kannst zwar in deutsch da antworten, aber man muss ja erstmal die Fragen verstehen. Die so von Hein wollen. Haben wir auch schon ein paar mal diskutiert, glaube ich. Also erstmal auf jeden Fall nicht. Pink geil, wenn ich die wieder sehe. Dann... Dann hat jetzt dasselbe Problem wie Ian. Welches? Was für ein Problem hat Ian? Dass wir uns bei ihm gehört haben. Meinst du das? Ja, auf jeden Fall sage ich Dank an den, die da war. Dank an unsere zwei Mitspieler. Nein. Doch. Hashtag kein Danke. Doch, ich fand du nicht. Du bist auch nie dankbar. Nein. Ich bin sehr oft dankbar, aber nicht heute. Nein. Ja. Ich danke auf jeden Fall, dass ihr mitgespielt habt, weil alleine macht es ja keinen Spaß. Bitte, bitte. Immer wieder gerne. Kein Problem. So, tschüss. Schlafen. Ciao. 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 Ciao.